Wir haben im Wellnessbereich eine Leiche gefunden. Das war ja sozusagen ihre Abschiedsparty. Sarah war krank. Ein paar Wochen haben sie ihr noch gegeben. Von Leichnam haben wir Hinweise auf eine Vergiftung gefunden. Das hat sich umgemacht. Warum hätte sie Handschuhe tragen sollen, wenn sie sich das Gift selbst in die Champagnerflasche gemischt hat? Jede ihrer drei Freundinnen erbt 50.000 Euro. Was für eine Clique. Ich habe solche Freundinnen in meinem Leben noch nicht. Du bist ja wohl total bescheuert. Kann doch mal bitte aufhören. Ich habe solche Freundinnen in meinem Leben noch nicht.